Willkommen zu diesem Daily Vlog. Ich habe jetzt Feierabend. Ich trinke jetzt erstmal einen kräftigen Schluck und dann ab im Pool. Ich bin jetzt im Auto auf dem Weg zu Eugene. Und ja, mit Eugene werden wir dann gleich noch nach Köln fahren mit dem Zug und werden dort einen schönen Abend verbringen, weil Eugene hat am Mittwoch Geburtstag. Es fällt gerade auf, wir haben gar nichts gefilmt in der Shisha-Bar, hat Eugene gesagt. Ja, scheiße. Ja, wir haben jetzt halb eins, wir sind mitten in Köln. Ja, wir sind gut dabei, oder? Wir sind gut dabei. Auf jeden Fall. Ja, der Abend ist noch lang. Drei Stündchen? Locker. Vier? Vier. Oder vier. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Bar und da werden wir auf jeden Fall mehr filmen. Ja, auf jeden Fall. Und dann finden wir noch jemanden. Nutzen. Oh ja, 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 ja. Nee, nee, nee. Für die Leute, die wissen wollen, wo wir pinkeln. Ich habe gute Cocktails, ich meine, ich mache, ich liebe Cocktails. Ja, aber mit schmeißen jetzt, ne? Ich habe mal hier. Ich mache hier. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Moving the move. Daniel, du bist best. Wirklich. Das ist für mich? Ja. Ja. Ja, wir machen hier so. Original sieht das circa so aus. Nur mit dem Paketchen noch. Und das ist meine Variation. Alle müssen ihm sagen, dass er mir morgen alle Fotos schickt. Genau. In die Kommentare schreiben. Ich muss dran denken, ihm die Fotos zu schicken, die wir heute gemacht haben. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Wir haben zwei Gratisbläser bekommen. Weil wir müssen zum Bahnhof. Da haben die gesagt, wir sollen die Gläser mitnehmen. Glauben wir zumindest. Wenn du wäre, würde ich mir jetzt dein Glas geben. Und wenn ich du wäre, würde ich auf den Mülleimer klettern. Komm jetzt schnell. Das wird zu schwer. Und was sagst du jetzt? Du musst jetzt sagen, kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt. Ne. Kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Menschheit. So muss ich sagen. Geht mir scheiße. Geht mir scheiße. Aber. Fahr jetzt mit Fahrrad. Fahr jetzt mit Fahrrad. Gib mir scheiß Kamera und fahr jetzt mit Fahrrad. Das ist abgeschlossen. Scheißegal, fahr mit Fahrrad. Ich glaub keine Fahrräder. Ich glaub keine Fahrräder. Musst du nicht. Ich hab ja gesagt, fahr doch mit Fahrrad. Nicht glauben. Du musst ja zwei fahren, komm wir sind zusammengeschlossen. Scheißegal. Guck mal. Ja. Ich hab doch gesagt, der ist Pussy. Wir beide haben ja ein massives Problem. Wir haben noch ein paar Kilometer zu laufen, aber wir müssen sowas von strullern. Und wir haben zwei Gläser gratis. Willkommen. Fahr doch mit Fahrrad, du Arschlo. Anzeige es raus, wenn du mich nochmal so schubst, ne? Ah. Ah. Komm zeig mal, was so Tag 1 du kannst. Kannst du noch mehr? Kannst du? Und noch mehr? Mach mal den Zuckerblatt-Kick. Das soll ein Foto sein. Boah, ist das schön. Mach ein Foto mit mir. Boah. Boah. Müde, müde, müde. Hallo. Der hat die zwei Gläser geplant. Der war da. Eins, zwei. Die zwei Gläser. Ja, wenn ich so mache, ist nur noch eins.